Hallöchen alle miteinander, wie geht's euch und herzlich willkommen zurück zu Let's Cross GTA 5, wo wir heute im Anzug den Lester besuchen fahren, Freunde. Das gepflegten Lester besuchens, würde ich mal sagen. Also, ab geht er. Ist mein Tor jetzt wegen mir aufgegangen oder wegen dem Auto, das da vorhin sonst noch so vorbeigefahren ist? Da wär natürlich jetzt hier, da wär natürlich... Ich geb dir gleich einen Moron, Alter. Selber, selber, lachen alle Kälber. So, was ist der erste Vorhinein? Weißt du, wenn du mit deinem... Genau, wenn du mit deinem Poser-Porsche da rumstehst, darfst du dir auch nicht wundern, wenn ich dir ein Auto kaputt mache. Ups, scheinbar falsch abgewogen. Und nochmal. Ja! So läuft das. Scheiß auf GPS. Okay. Nicht, dass das GPS-Steuer quasi die Steuerung meines Autos übernimmt. Das fehlt uns auch noch. Aber es gibt ja, soweit ich weiß, schon Autos hier alleine fahren, nicht wahr? Also, läuft eigentlich ganz gut, wa? Du, ich... Das war gefährlich. Wenn du mich in meinem schwarzen Auto da... Ich geb dir gleich Mittelfinger, du ver... Alter! Ich töte Menschen. Regelmäßig. Ich würde... Sag mal, was ist denn heute los? Hier so in L.A. oder L.S. Alter. Komm, jetzt weg da. Früher hat mal irgendwer zu mir immer gesagt, Platz da. Ich komm mit dem Mazda. Das ist, äh, also... Ist auch plausibel. Würdet ihr bitte alle jetzt gehen? Ich möchte gerne... Ich möchte gerne meine Mission beginnen. Jetzt fällt mir von der Seite noch fast der Bus an. Sag mal. Fahren plus. Ja, das freut mich. Ich bin auch extrem professionell. Deswegen, ich bin auch, ähm... Also, ist jetzt Funfact. Viele von euch wissen wahrscheinlich gar nicht. Vermutlich keiner. Nicht mal ich. Dass ich professioneller E-Sportler bin in Forza. Mhm. Ich meine, sie ist natürlich eigentlich... Wenn man genau hinguckt, in dem Spiel ja auch absolut zu erkennen. Aber... Ich dachte mir, ich wäre wieder trotzdem mal lieber. Damit ihr wisst, mit wem man... Nein, bin ich übrigens nicht. Was steht da? Ja, ist egal. Zurückfahren werde ich deswegen jetzt nicht. So, guck, hier ist Gott sei Dank zumindest eine Fahrbahn abgesperrt. Da kann ich mich wenigstens mal zumindest ein bisschen beeilen. Ja, ja, schreit immer. Mhm. Ja, hat der Raum, Alter. So. Gucken, was Lester so zu erzählen hat. Und warum ich einen Anzug brauche. Der wird... Ach, ich glaube, ich weiß warum. Kann ich mich... Ich glaube, ich weiß warum. Guten Tag. Bruce Daniel? Na, der hat damit hoffentlich nicht allzu viel zu tun. Das wird meine Nerven nicht ertragen jetzt. Ich habe einen Job, der mir nicht mehr braucht, um nichts zu tun. Außer von mir, die Taxe bezahlen. Okay, listen. Tsch, tsch, tsch. Hey! Listen! Hey! Hey! Listen! Hey! 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 Mexikaner. Ah, okay. Keine Russen-Mafia. Das stimmt. Das habe ich... Film mir gerade mal so ein. Das stimmt. Das stimmt. Ja, der spielt aber auch zu viel Bowling, glaube ich. Okay, wirst du das auch tun. Oh, wahrscheinlich, wenn er das sagt. Jetzt fahren wir erstmal ein bisschen spazieren hier. Wo fahren wir jetzt hin? Okay. Little Portola ist mir hart, in den Rockford Hills. Wusste ich, wusste ich. Quasi. So ein bisschen. F.I.B. Buddies, äh, know you're back in business? F.I.B. Buddies? What are you talking about? I checked out the WPP thing. Doesn't look like any WITSEC-Programm I'm aware of. For starters, they don't put witnesses up in multimillion-dollar-Mansions in Rockford Hills. Oh, maybe they thought this would be the best cover. In most witnesses don't transfer five figures. Control the car! Halt deine Fresse, fahr doch selbst besser. Kannst nicht mal mehr laufen, du Affe. Äh, vorbei, da kann er ja nix tun, dann nehm ich zurück. Ja, 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 all right. Lester, I'm back. I'm very impressed. Look, äh, we can talk about this another time. Take these glasses. My eyesight's fine. They're fitted with a camera and a radio relay. I'm gonna run the operation from the car while you're in the store getting what we need. Före gab's auch mal so Ringe. Ich weiß gar nicht, ob's die noch gibt. Die haben, dann quasi, wenn man die dran gemacht hat, haben die, ich hab keine Ahnung, wahrscheinlich anhand von Körpertemperatur oder so'n Scheiß, ja, erzähl du. Die Farbe geändert jedenfalls, anhand von Körpertemperatur oder, was weiß ich, Feuchtigkeit, ich hab überhaupt keine Ahnung und dann waren wir immer alle verliebt und so. War toll. Was? Ja, geht so. Das ist schon, schon ein Witzbold, der Michael. Geht ja noch. Was ist denn, wenn du das gemacht hast, oder bin ich nur für die Evangelikale Logo hier? Oh, nein, nein, nein. Wir benutzen perfekte Klarity Jewels. 18 karat Gold, 950 Platinum. Nichts, aber das beste. Simply the best. Bum, dum, dum. Okay. Ich muss nachher schauen. Ich komme zurück zu dir, Baby. Ich gehe nicht mehr. Ich verstehe. Okay. Danke, Sir. Du hast es. Okay, jetzt, dass du das aus der Weg hast, kannst du die Fotografie nehmen? Also, die Kamera sollt ihr auf jeden Fall machen, ne? Ach so, X. Entschuldigung. Alarm. Ach, ist ja praktisch. Ach, X. Mann. Ja, kriegen wir hin. Also, das, das, ja, danke auch. Werter Herr. Mit der fast aufgemalten Frisur. Das war Absicht jetzt. War gemein, ne? Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ist okay. Ja, bitch. Fickt euch, Alter. Wenn das sonst schon keiner mehr tut. Ach so, ach, jetzt muss ich auch noch klettern. Jetzt muss ich auch noch arbeiten, oder was? Finde den Zugangspunkt zum... Das war hier Dingenskirchen. Ja, ist okay. Kann man schon mal ausrasten. Hier so, hier Dingenskirchen war das, ne? Hier, Baustellen, scheiß. Türme. Äh, Gerüste. Ja. Okay. Die Animation zum Aussteigen haben wir uns jetzt mal gespart. Okay. Sah jetzt aus wie ein billiger Schnitt von mir. Wart aber nicht. Wieso? Wieso? Moment, stopp, 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 stopp. Wieso? Ach, Schipp. Hallo? Scheiß auf Animationen. Wir machen jetzt einfach hier was für Wolle. Ach, Entschuldigung. Es ist wichtig, von welcher Seite ich parke. Hi, hi, hi. Der feine Herr GTA 5 möchte gerne im Bälle-Paradies abgewählt. Jetzt darf ich mich zum Dach begeben. Das ist freundlich, danke. Okay, darf ich den Karton umhauen? So. Du weißt doch, wo mein Frust... Nee. 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 Na gut, Gott sei Dank. Wäre natürlich cool, wenn ich jetzt gestolpert und daran gestorben wäre. Ja, Chef. Ich bin auf dem Ruf. Ich habe Tabs auf ihn für ein paar Jahre gehalten, um zu wissen, dass er mich nicht schlusset. Ja, woher ging er? Nord, Süd, 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 woher gab es Lücher-Store, um zu verabschiedern und Hitchhiker, um zu verabschiedern. Ich bin auf dem Ruf. Ich muss wissen, wo die Luft rauskommt, wo die Vents in Evangelico originiert wird. Es sollte eine Unit über dem Markt sein. Ganz verdankt meine ich noch im Kopf zu haben, dass es irgendwo hier hinten ist. Schieß ein paar Bilder. Also, wenn ich irgendwas kann, dann higher werden, Alter. Ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass ich da jetzt rüber springen kann, geht vermutlich gegen Null, oder? Oh, nein. Oh, doch. Shit. Ja. Sehr wehleidig, danke. Hast du toll gemacht. Ja, Michael. Michael Knight vielleicht. Ist jetzt irgendwo eine Leiter, oder? Jetzt muss ich hier hochklären. Warum hat er sich da jetzt nicht einfach festgehalten? So wie da zum Beispiel. Dann wäre ich jetzt schon längst oben. Aber stattdessen holen wir lieber rum und machen halt kaputt. Ja, Mama. Von der Taube, da? Ich glaube, das ist wahrscheinlich keine Taube, sondern tendenziell eher eine Möwe. Ja, ja. Wenn du das sagst. Jetzt muss ich den kompletten Weg. Ich kann ja runterspringen, aber so wie ich mich kenne. Wir lassen das mit dem Runterspringen lieber. Das heben wir uns für einander darauf. Ansonsten muss ich das hier nämlich nochmal machen. Das war wahrscheinlich schon wieder knapp hier. So wie ich Mike... Hallo? Willst du bitte tun, wie die geheißen? Du bist ein Videospielcharakter. Was haben wir? Ach, ein Pendeko. Ja, ich bin auf dem Weg. Weißt du? Ganz schöner Klugscheißer. Für jemanden, der offensichtlich nicht dazu in der Lage ist. Aber... Wer weiß. Wer weiß, wie viele da wirklich zu können. Lassen wir mal... Außen vor. Wo ist meine Leiter? Da. Zu gütig, meine Damen und Herren. Zu gütig. Ich erinnere mich ein bisschen an irgendeine Mission in GTA... Willst du bitte runtergehen? Danke. An irgendeine Mission in GTA 4. Da war auch so eine ähnliche Mission. Ich überlege gerade. Früher, da waren wir immer auf Garagendächern. Also vornehmlich natürlich um unsere Fußbälle, die wir da hochgeschossen haben, wieder runterzuholen. Da wurden wir immer angeschrien, weil die werten Herren Nachbarn ja der Meinung waren, dass die Dinger dann einstürzen. Ich habe keine Ahnung. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Garagendach dermaßen instabil ist, dass es einstürzt, wenn ein Jugendlicher oder ein Kind draufklettert. Aber ich habe auch keine Ahnung. Ich bin ja auch kein Garagenkonstrukteur. Nicht mehr. Heutzutage würde ich das wahrscheinlich nicht mehr erkennen können, denn Funfact, ich habe Höhenangst. Hey! Rede einfach weiter. Das ist dabei, jetzt keiner gestorben ist. Das gleich für mich ein Wunder. Guck mal, noch jemand so witzig wie ich. Das ist ja unglaublich. Ich wäre ein guter Partner von Leicester, davon bin ich überzeugt. Professioneller Partner quasi. Das ist nett. Das sind die Methoden nicht anders. Genau, nicht für ein Pro. Ha! Na, nachher ausführen. Ich zeige euch alle Angles. Das ist meine Bereich von professionellischem Beziehung. Aber zu machen, das ist dein Wettbewerb, mein Freund. Hier. Hier gibt es zwei manchen, wie ich das tun sehe. Wir gehen smart, oder wir gehen laut und dumm. Erinnern Sie die Vents? Wenn wir smart sind, wir pumpen ein bisschen Knock-Out-Gas durch den Luftwärmungssystem, dann schreien die Kabinetts, während alle rauskommen sind. Du musst die Gas geben, natürlich, aber Crowd-Control wird nicht aufhörter, und das wird es verbessern. Die Cover ist Pest-Control, so niemand wird sehen, wenn du eine Gas-Maske verwendet hast. Das bedeutet, dass eine Pest-Control-Van ist, doch. Du gehst in dumm und du musst dein Femmes-Way-With-People und vier Carbine-Rifles. Wir können sie nicht kaufen und riskieren sie, um sie zu holen. Nein, nein, wir müssen sie in circulation finden. Es ist schwierig, es ist wirklich schwierig, aber das ist die Wettbewerb von LSPD-Taktik, so eine der Vans ist wahrscheinlich ein guter Platz zu sehen. A Hacker kann die Kameras disableieren, die Länge der Zeit, auf der Wettbewerbsteht. Die Alarm wird auf der gleiche Wettbewerbsteht. Die Strategie von der Wettbewerbsteht ist mehr oder weniger die gleiche für beide Wettbewerbsteht. Der Fahrer, die du wählst, wird natürlich ein paar Fahrzeuge. Du kommst aus der Karte und kommst durch den neuen Subway-Tunnel, sie fangen auf der Del Perro von der Wettbewerbsteht. Du verlierst die Kampfs in da, und ein Fahrzeug in der L.S. Alles klar, ich will mein Mann, Franklin, auf der Weg. Er kann eine Fahrzeuge. Jo, diese Entscheidung werden wir uns aufheben für das nächste Mal meine Damen und Herren. Bis dahin würde ich mich natürlich wie immer über jeden Like, Comment und Subscriber sehr, sehr freuen. und würde mich wie immer auch gerne dafür bedanken, dass du eure Zeit mit mir verbracht habt und verabschiede mich hochonziell und winkenderweise. Bis zum nächsten Mal. Tschöö